Mit einem kurzen Mhhmmmm jedes befrischten Melanwätern und über Ost-Ost-Tirol-Ruckzug befindet sich man auf italienischen Striffen Südtiroler Boden. Durch mahrerische Orte geht es durchs Reaul bis zur Rüstrasse. Die große Urgruine von Canja wacht majestätisch über dem Tal und Silvio, ein Ortskundiger, erzählt von dem aus den deutschen Landen kommenden Herrn dieser Urkanlage. Manch Mädchen hat damals seine Unschuld an einen der Landsknechte verloren, oder doch immer halb in den Gassen die Wortfelsen wie »Madona mia cara« oder »Nievollere« »Kanzong«.